Hallo und herzlich willkommen zu... Nein, ich bin kein... Cobras... Pädophilen... Nein... Machenschaften... Ey, hör doch mal auf, Digga! Ich schwöre, ich melde das Video, Alter! Ich melde beide Videos, Alter! Ich verklag dich immer noch! Ist mir egal! Verklag mich doch! Jetzt kommen sie wieder jetzt! Ich verklag dich, ich verklag dich! Verklag mich doch! Verklag mich noch mal! Das wärs das erste Mal! Also, wir machen die Anmoderation! Die wart schon! Verklag mich! Ey, ich schwöre, ich stehe da total beschissen da, Mann! Ich hab gesagt, was echt ist! Cobra verklagt sie alle! Okay, die ist in den Bahnhof Matman, ich mag Zügel! Bestätigt! Die Geisel... Meine Mama sagt, ich bin nicht behindert! Ich bin mein Besonderes! Es haben wir jetzt letzte Folge gehabt, das reicht doch mal! Also hat er auch was gegen Behinderte? Ey, seid doch scheiße! Ey, wenn wir das jetzt mal normal tun, dann können wir gleich keine Folge mehr drauf! Wisst ihr, Leute, ich bin offen! Weißt du, ich bin wie ich bin im Video, ne? Aber die, die stellen sich so an, ja, ey! Hab doch nichts gegen Behinderte! Die haben einfach nur Schiss angezeigt zu werden! Gegen Volksverhetzung oder sowas! Ich hab nichts mehr! Warte, bitte, bitte, aber achte! Ich hab nichts mehr! Alle Tätigkeiten, die ausgesagt wurden... Was? Ich hab nichts mehr! Alle Tätigkeiten, die ausgesagt wurden... Warte, bitte, bitte, aber achte! Nicht! Ich hab wohl in nem Kopf, du hast noch! Der reizt um durch! Bereit? Okay! Was ist los mit euch? Ja, bereit! Hä, wo hast du denn denn? Er ist geholt! Der war dann eine Wand am Fertig machen! Ich guck mal Kamera! Vorsicht, da ist ne Falle drin! Und irgendwo ist ein Mute! Ich setze eine Drohne ein! Ich hab ein Pferd! Lol! An der Treppe, der hat mich doch nicht sehen können! Lol! Ich hab doch gesagt an der Treppe! Ja, aber ich hab den nicht gesehen! Ja, ich ja auch! Er hat... Okay! Mich hat's auch gewundert! So, eventuell... So... Ich hab jetzt einmal ein bisschen rum! Ich steig mir nur noch auf die Treppe! Mann, ich hab kein Glück mehr! Danke! Thanks, you! Danke für die Punkte! Schock Drohnen Einsatz! Der war da an der Treppe! Hat mich nicht sehen können! Aber er hat mir droht! Ah! Ich hab den nicht gesehen, Alter! Ich hab gesagt! Also Max hat Treppe, du musst dich nicht konzentrieren auf sowas! Dummes wie ne Treppe! Außer sich gelübt! Da war den nicht tief einer! Vorhin! Versuche ist es wert! Brantley ver... Hä? Da ist ne Geisel, nur so! Da ist ne Geisel drunter! Und? Eventuell! Ne! Vorsicht, da liegt ne Falle! Fuck, ich hab noch meine Bombe! Na gut, ich hab jetzt keine Granaten mehr, das ist keine gute Idee! Wer die Bomben-Action-Folge sehen wollt, muss das alte Video, andere Video angucken! Geh ihn jetzt! Ich bin wieder raus, weißt du, er geht rein! Rein, raus, rein, raus, rein, raus! Fäusteschuss, Geisel am Boden! Ach, fuck, das ist die Geisel! Scheiße! Ich wundere mich so, warum geht der nicht weg? Rade nach! Brauche Deckung! Steht nicht schön! Ihr müsst die Geisel so schnell mit ner Kutier überleben! Bleib sie wieder! Bleib sie wieder! Bleib sie wieder! Alter! Ey, ich wundere mich, warum geht die... Auf den Treppen waren zwei, ich hab ihn angeschossen! Gut, irgendwas, irgendwas hätt ich machen müssen! 60 Punkte! Ach, nee! Ich musste reinrennen, anders ging's einfach nicht! Ja klar geht's nicht anders! Warte, bis ich jetzt die Beenden gemacht hab! Warte, scheiße, Schimmer! Warte, was nehm ich denn, was nehm ich denn, was nehm ich denn? Was nehm ich denn, den nehm ich mal! Wohin, gehen wir! Ja, hab ich kein Geld, meine die, Alter, das fackt mich schon wieder ab! Küchen könnte mir gehen! Küchen, Leben, Leben, Länger mit... Leben, Leben, Länger! Leben, Leben, Länger! Leben, 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 Leben! Hey, erinnere mich um 12 Uhr, dass ich mich errichten muss ich... Was muss? 12 Uhr muss ich mich errichten! Wohin? Wohin? Nach Mekka oder was? Was? Nein, ich... Jetzt hab ich auch noch was gegen Muslime, ne? Jetzt kommt er raus! Ich hab Feuerwache, weiß! Darf ich hier eine Wand hinmachen, hier an die zwei? Da geht, da geht die erste hoch, also das gar nicht mehr... Maschmaschinen, Leben, Länger mit Kondom! Da-da! Bing-bing! Alter, mein Aiming ist komplett für den Fischkramm! 10 Sekunden! Neue Kameraübertragung neu! Es bleiben 5 Sekunden! Ich bleib beim Rauchen! Ja! Oh! Mein Speicherplatz ist voll! Danke! Danke, Windows, dass du mir das jetzt anzeigst! Digga, rauf ist schon so lange voll, ne? Wollt ihr immer noch ne wissen, wie ich die Beinen jetzt gemacht hab, da oben? Nö! Juck mich! Dann lege ich mich jetzt hier in die Ecke und... Ich hab Bock auf den Schinken! Wer noch? Hey! Magd, ich glaube, ich schieße den gleichen Schritt, aber ich hätte nur Bock! Alles klar! Magazinwechsel! Was machst du da hinten? Matsch-matschingen leben länger mit Kondom! Bing-bing! Jetzt hab ich ein Ohrwurm! Bing, flach wie Unicorn! Dancing in Rainbow! Die kommen, äh, von... ...da! Ein Härtchen kann jederzeit aufwahren! Die kommen, äh, von der Seite, äh, von... ...der Cafeteria! Oder wie ist sich der Raum... Ein Härtchen mit meinen süßen Elf platziert! Bing, flach wie Unicorn! Alles klar! Hört mir halt nicht zu! Alter! Oh... Ja, okay! Ich krieg einfach nen Headshot! Alles klar! No, no problem! Ding, flach wie Unicorn! Ding, flach wie Unicorn! Boah, fiese fucker sah das! Also, Twitch! Wo ist die Twitch-Drohne? Wo? Lade neues Magazin! Schieß doch! Warum hast du nicht getroffen? Ja, ich... Nitro-Handy! Hab ich nicht! Ach, Alter! Das kann doch nicht sein! Im Hinlegen kriegt er mich noch! Nein! Nein! Falsche Seite! Nein! War bisschen daneben! Ich bin grad behindert! Sorry! Ja, du bist ein bisschen... Bisschen viel behindert! Digga! Ah! Komm! Alles klar! Ja! Ich konnte nichts machen! Oh fuck, warum bin ich so scheiße grade! Oh fuck, warum bin ich so scheiße grade?! Oh fuck, warum bin ich so scheiße grade?! Der ist meine Vater gerannt! Neben der Geisel! Der ignoriert mich! Der ist so nicht geil! Die Gegner haben die Geisel! Ja, mich hat er tot gemacht! Wir haben die Geisel! Wo gehen sie dann? Die haben die Luft für den Termite oder so! Einer liegt... Ich hab mein Sch... Ich hab meine Sch... Ich keine Ahnung! Sag mal, der ist unser Krieger! Nein! Oh man! Geisel evakuiert! Man muss... Man muss das Schild auch noch die Geisel nehmen! Ah, fucking Schild, Alter! Ich hätte ihn gehabt, wenn er kein Schild hätte! Mann! Ich... Weiß es gott sich so an, dann hab ich... 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 Ich darf da kein Dings mehr nehmen! Wenn wir Geisel spielen, dann darf ich kein Ding mehr nehmen! Was kann ich denn? Da brauch ich ein Nitro-Handy, weil die da meistens dann mit Schild reinrennen! Da darf ich Gä Chin es frente rectur... Ja, ist das Gegend! Und als gestört... Als... Als äh, появier gesiert der Nazi! Und als criterischerleader! dass... Doch denn Assign... Ist doch nur ernst, äh, nicht ernst gemein. Jetzt kommt er ins nächste Best-Off-Video rein, von euch, dass ihr noch nicht klappt. Vor allem, ähm, Speicher ist voll und so, aber egal. Ne, ne, Speicher, Speicher von meiner anderen Festplatte ist voll, wo ich Arm-Adress installiert hab. Ne, von meiner D-Festplatte. Die andere Festplatte, wo ich hab für die Aufnahmen, die ist noch bis zu 480 GB voll. Äh, leer. Also was ist das für ein Drohner, eben? Der macht einen Schuss und hat nicht. Lass mich in Ruhe! Nein! Ich hab' penetriert! Noch 10 Sekunden. Wurzweig, geil. Die Kamera muss man dir setzen. Hängen im Mute, nice. Einsatz in 5 Sekunden. Oh, die Geisel in der Ehe. Ja, sieh' das. Mann! Rainbow Six! Magazinwechsel! Ain't nobody. Magazinwechsel! Bill, Marcel, besser. Au, mir ist die Drohne auf die Fresse geflogen. Pink Fluffy Unicorn Dancing. Ich musste gerade nach Freunden in Gute Nacht schreiben, so. Äh, Pink Fluffy Unicorn Dancing. Rainbow... Nein! Nein! 16! Kommt noch mal! Oh! Oh! 16a! Pass auf, da war einer. Ach, das war eine Drohne. Hast du meine Drohne zerstört? Nein, 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 nein! Da werden Beine. Bei mir ist einer. Schön. Wir haben ein ganz schlechtes Gefühl, Marcel. Ja, da war auch einer. Aber Max musste ja mal eine Drohne killen. Wir können ja hier reinschmeißen. Nein, jetzt hab ich mal eine Schockdrohne geworfen. Meine gute. Auf dich gratuliert, Geschoss. Vielleicht dachte ich, der ist rein. Sag, du bist so bescheuert. Ich glaube, ich geh da mal rein. Ich hab da einen. Wo ist er? Einer ist im Raum. Kann ich da reingehen, Marcel? Warte. Okay, ich hab keine Drohne mehr. Es ist aber nur einer im Raum. Natürlich bekommt sie keinen Headshot. Oben war einer. Achtung. Wenn, dann müsstest du mir in der Drohne gucken, weil ich kann dir keine Freigabe geben. Ja, komm, er ist rausgesprungen, der Uhrensund. Wo war denn der Handschie im Baum? Einer. Was? Nachladevorgang! Ich glaube, nach der Runde frisch aus. Ja, und Ranked auf jeden Fall kannst du ihn mehr machen. Heißhob! 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 Vielleicht noch ein paar Runden so, aber noch nicht mal mehr irgendwie Dingens locker, sondern wirklich irgendwie Terroristenjagd. Einfach nur um eine Runde im Metzeln oder so. Da lag ne Machter. Fakt, da war ne Falle! Trifft nicht. Nur noch einer von einem eigenen Tor. Ach, leck mich am Arsch, warum hab ich die Falle nicht gesehen. Ich bin Whip. I also Whip. That's my little baby. Ähm. Bande ist keine mehr, oder? Der Weg sitzt nicht auf der Postone. Bounce nochmal dick, brah. Bounce nochmal dick. Hätt's nicht gebaut, ich hätt noch ein paar Granaten gehabt. Äh, obwohl ne, ist es nicht gut, eine Granate da oben zu bleiben. Alles klar. Einer Trupp wurde eliminiert. Ja, ich bin erschrocken, Mann. Das hat er sehe nicht. Alter! Lol, ich hab nur einen Schuss gehört. Entweder Brain Lack oder... Keine Ahnung. Also nochmal Küche gehen, aber bitte mit Mute. Aber bitte mit Serrano. Aber bitte mit Serrano. Aber bitte mit Serrano. Wolle, ich bin mit den Grooks, sonst hab ich nämlich kapgen. Der Hulk ist schon heiß. Hulk macht mehr Sinn. Ein Mute. Ja, aber da hab ich kein Niedreihen, ich hab für die fucking Schilder. Ich kann kein Mute. Ja, dann muss ich mal anderes Mute nehmen, bitte. Ich hab auch kein Mute. Das ist besser, wenn wir mal Küche sind. Dann machen die wieder selbe Strategie. Muss ich halt Mute. Danke. Danke, du hast dich fürs Team geopfert. Die Geisel muss gesichert werden. Ja, hab ich. Haut da rein. Nein, Spaß. Wo warst du gerade servieren? Neben der Geisel, weißt du? Hat der noch einen Mann für mich, Händen, bitte? Ja, ich hab noch um eine Wand. Aber wenn jemand anderes da ist, dann hab ich keine für dich. Ich habe keine Wahl für dich, mein Schätze. Mach doch gar nicht hier unter, Strumpse. Doch, welcher Club, das ist jetzt wir von hier. Das ist eine echte Bedrohung, pass auf. Wir hatten da sein Schild eigentlich so schön hingestellt. Die Schockdrohne kommt bei euch. Also sinnlos, wie das Schild da steht, sorry. Besser. Ja, stell es irgendwann. Ich wollte es euch so platzieren. Die kommen wieder von der gleichen Seite rein. War das da? Wo war das vorher? Rechts von dir. Da kam die Schockdrohne und jetzt muss ich weg. Ah, wald. Fuck. Jetzt hätte ich gern mal ein anderes Visier. Muss man den Laser nicht ausmachen. Was? Ich treff den doch voll, Mann. Ja, aber er hat ein Team-Ding. Loll. Und geil, wenn man einen Trigger anhat und dann gleich einen doppelten Headshot verpasst. Also Fetcher ist down. Das ist ganz gut vielleicht. Eventuell. Ja, Twitch-Drohne ist auch down. Yo, Fles hab ich. Ich hab noch Ash gesehen und Blitz. Hä, haben die da überhaupt was gesprengt? Ja, da haben sie gesprengt, die eine Wand. Toll. Wo ist diese fucking Drohne? Heiß auf die Drohne. Egal, scheiß einfach auf die Drohne. Da ist scheiße, wo du gerade bist. Was ich schon nur gesagt habe. Pst, pst, pst. Da scheiße. Ja, also Raum. Kurz ruhig. Die alle im Raum sind. Die alle im Raum sind. Die alle im Raum sind. Geh da rechts. Guck mal, da rechts ist doch ein Loch in der Wand. Nee, 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 nicht da. Da, nee, nee, auch nicht da. Da ist doch die Tür, genau. Und da links ist doch ein Loch in der Wand. Genau. Da kannst du jetzt richtig schön drauf aimen. Wenn du jetzt noch Q drückst, dann... Ach, besser. Das ist keiner im Raum, Max. Das würde ich cool rücken. Ja. Lol. Zweischuss, ich bin tot. Beinmal Droog. Äh, passt auf, ne. Das Schild kommt, glaube ich. Schild kommt, Geisel holen. Geisel von Gegnern gefangen. Nice. Boah, war das knapp. Boah, shit. Letzter verbleibender Gegner. Von oben auf die Hinschle. Glass kann's nicht sein. Glass hat sich geholt. Nice. Crunchy is back. Back in business here. Ich würde ja erst mal nicht machen. Weiß, ist die Runde gestellig. Wie, ich hab vier Kills. Ich hab kein einziges Kills, ob ich nicht weiß. Bei uns nochmal drückt. So, das stimmt. In der ersten Runde zu dir und jetzt. Sorry für die Zuschauer, ich bin momentan übelst scheiße. Wann mal. Die hatte ganz, ganz dicke, dicke, ditten. Ditten, d-dol, ditten. Stell mir vor, ich fahre Schlitten. Auf ihren dicken, ditten. Wir müssen Geisel finden. Jetzt hast du noch die Feministen in Eisfeind. Ich weiß, wer die noch haben willst. Digga, ich war mit die ganzen Welt. Alter, zweit, was los? Juden, schwarzen, Mütter, Väter. Ey, eigentlich, schwarze hab ich nichts gesagt. Noch nicht. Die können auch nichts dafür, dass einfach ihr Haus abgebrannt ist, Digga. Alles klar. Ich mach über alles und jeden Witze. Also kann man mich auch schon wieder nicht rassistisch nennen, Digga. Weil ich einfach jeden gleich machen will. Ja, Kanal ist in der Videobeschreibung. Wer haten möchte, viel Spaß. Ja, könnt ihr gerne, Digga. Ist auch Aufmerksamkeit, also von daher. Hat ja Apo-Head auch. Auch schlechte Presse ist Presse, ne? Geisel gerichtet. Hey, du Presse, ich geb dir in die Fresse. Alles klar. Max hat mir gerade aufs Schild geschossen. Presse, Presse, auf die Fresse. Yo, yo. Okay, jetzt hab ich noch. Digga, ich werd irgendwann angezeigt wegen Volksverhetzung und weiß ich nicht was alles. Unverurteilt. Du wurdest halt wegen Kinderpornografie oder was. Was laberst du eigentlich? Ich hab mir nur noch. Sprengladung platziert. So, nebendran auch gerne mal an, Marcel. Äh, ne, lass mal. Alter, ich muss sagen, ich... Ja. Was? Ist aber auch ein schlechter. Wird's gut, jetzt geh ich in dem Fall aufs Klo. Ha, du Pisser. Na, guckst du noch mal um die Ecke oder hast du keinen Bock? Moment, ich guck grad nach... ...Gegner. Okay, nur im Nebenraum. Guck mal, einer bricht, äh, meine Drohne. Da waren die grad. Matt ist weg. Okay. Da war grad einer. Ja, ja. Besten wär's, wenn die irgendwie herkommt. Da bin ich wieder. Ich guck schnell mit der Kamera wieder. Ich geh jetzt mit rein, will auch noch einen Kerl haben. Alles klar, ich geh doch nicht mehr mit rein, wenn wir ihn haben. Der andere war sowieso nicht im Raum. Ich hab zwei voll den Headglitch gegeben. Smoke ist schön gespottet. Ich hoffe, dass wir nach der Runde noch gerankt sind. Bin ich nicht. Was ist denn da ein Riesen? Was machen wir? Zwei voll den Headglitch gegeben. War ein Museum? War ein Museum? Ne, war ein Museum eigentlich gar nicht, aber müssen wir wohl. Wäre ich sehr begeistert. Außer wir gehen in den Lesenzahl, der ist normalerweise auch. Ja, egal. Ich wäre bei einem Jut sehr begeistert. Wenn ich ihn nicht hab, dann kann ich ihn schlecht nehmen. Ich, ja, sorry, weil Curry ist wichtig. Den Raum befestigen. Erstens, weil es die Curry will und dann zwei hat die Frage. Ne, ja, ich will so ein Kampfkanzel, natürlich wie Geisel. Ja. Die Position der Geisel ist bedroht. Bereit machen. Ich bleib mal dem Raum, weil es hat momentan keinen Zweck mehr, umzulaufen für mich. Es bleiben noch zehn Sekunden. Das geilste ist, ich hab sowieso sechs Kills, aber weißt du, ich muss dir her... Ich hab einen Kill und weiß nicht, wo ich denn her hab. Das ist ein Armutszeugnis. Achtung, die Gegner haben... Hat jemand noch eine Wand? Ne, leider nicht. Also es ist los mit meinem Spiel, ich muss jetzt mal Facebook und so zumachen. Warte. Oh, Daniel, geranscht. Bungie, bist du Kapkan, oder? Er sagt gar nichts mehr. Seine Kapkan-Fahrer sind auch die Besten. Da ist noch eine Tür. Er ist doch vielleicht gerätscht. Ja, die kommen da den ein. Ja, ich hab Fenster im Blick. Wer ist Kapkan? Du? Du. Ja. Ja, weil man hat das nicht mehr gehört, so. Ja, ich wollte. Einen Fallen haben sowas und keinen Sinn. Die fallen aufgemacht. Max, bei dir irgendwo? Das zweite Fenster von denen. Die fallen auch nicht, weil jemand einen aufm bricht, platziere die fallen, weil ich überfahren will. Was?! Ich dachte, ich stehe auf dem Fenster. Ich hab 500 Mal gespottet. Auf der Treppe sind auf jeden Fall frei. Ja, die Führer ist noch mal auf, Achtung! Oh, dann muss ich die Geisel nehmen und dann schieße ich sie weg. Die Blenden war mal wieder blendend. Max, du bist ja tot. Hast du die Kamera? Ich hab die Kamera da oben. Okay, sag mir, wenn er an die Tür kommt, wo ich bin. Äh. Warum ist der Raum? Ja, boom, boom. Ja, boom, 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 boom. Ich kann sagen, wenn sie wieder aufs Fenster reinkommen. Ich geh erst jetzt rüber gerannt, auf die andere Seite. Da kommt die Tür. Achtung, der kommt rein. Da kommt die Tür. Von der anderen Tür. Marcel, direkt hinter dir ist die Ash. Mhm. Ich glaub zumindest, dass die Ash ist. Ja. Schaut, gleich um die Tür wahrscheinlich. Sie deckt die Tür. Also, wer jetzt... Also, wer jetzt... Wer jetzt in Richtung komischen großen Rad da... Marcel, du solltest mal aufschauen, die hatte ich im Blick. Achtung, da kommt Kapkan. Äh, ne, ich weiß nicht, Kapkan. Oh, scheiß. Lol. Von wo? 3. Das juckt ihn einfach nicht mit seiner Mütze. Da sind zwei, ich hab's mal gespottet. Ja, geil. Headshot. Nur noch fünf. Okay. Hier rum live. Achtung, warte, der ist frei. 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 Ein Gegner verbleibt. Geil, geil. Fällen im Diegel. Ja, läuft. Alles klar. Geht er trotzdem nicht. So, ich... Ich war grad weiter aufgefahren. Geht er den da jetzt mal an, ey. Wieso? Hättest du nicht Feuer drum gucken können? Das wäre so nöt gewesen. Oh Gott, wir haben gewonnen. Guck mal, wer vorne steht. Guck mal, wer vorne steht. Hab ihn. Was machst denn du vorne, Digga? Oh Digga, was machst du vorne? Hä, warum bin ich so... LOL. Ja, ich bin wank! Ich bin wank! Ich bin auch wank, Junge. Ich auch. Bei mir steht noch nix. Ich schau dran. Ich nicht. Silber 2. Silber 2. Nice. Silber 2. Bitch. Alter, was war ich in meinem Gigabier ranked? Ich hab gepumptiert. LOL. Ich hab einen Gigabier ranked. Ich hab einen Gigabier ranked.